Musik Wir sind natürlich unheimlich stolz, mit dem German Innovation Award und einen der renommiertesten Innovationspreise für unsere Lignolock-Holznagel-Technologie zu gewinnen. Für mich persönlich ist die Grundlage von Innovation das ständige Hinterfragen des Status Quo. Gleichzeitig ist Innovation immer ganz klar verbunden mit ökologischer Innovation. Musik Wir sind natürlich total stolz, dass wir den Award gewonnen haben und es ist für uns auch eine Bestätigung des Designs und des Produkts und des Zwecks. Unser Antrieb ist es im E-Commerce, im Online-Handel, der in den letzten Jahren stetig am Bogen ist, dort einen ressourcenschonenden Umgang zu finden. Deswegen wollen wir dort den Mehrweg etablieren. Ein vergleichbares Produkt gibt es aktuell nicht am Markt. Und das ist die Grundlage von Innovation, der in den letzten Jahren stetig am Bogen ist. Innovation, first and foremost, ist es der honest Weg, um die Innovation zu lösen. Ich kann sagen, dass die Fahrzeuge ist von recycelte Fabrik und recycelte Plastik, aber trotzdem ist es ein 2-Ton-Card, das eine Person tragen. Und unser Weg, um in diesem Feld zu innovieren, ist, wie man den kleinsten Fettkopf für ein Auto möglich macht, das zwei Leute zu tun hat. Wir haben das Thema Digitalisierung, wir haben das Thema KI, wir haben das Thema Nachhaltigkeit. Aber wir stehen auch natürlich vor der großen Herausforderung, wie werden wir krisenresilient. Und ich glaube, da bietet wirklich der German Innovation Award Best Practice Beispiele. Er zeigt, wie können Lösungen aussehen. Und zwar nicht nur im Endprodukt, sondern wie kommen wir auch zu diesen Lösungen. Und ich glaube, es ist schön, dass wir dieses Jahr auch dieses Forum hatten, bei der Preisverlagung genau diese Themen zu diskutieren. Und wir freuen uns wahnsinnig für die Aufmerksamkeit, die das Thema bekommt. Und zwar, wir wollen Verkehrswende gestalten, dafür brauchen wir Aufmerksamkeit. Und dass wir genau in dieser Kategorie kremiert werden, wo eigentlich Nahverkehr und Eisenbahn nicht so sehr mit Innovationen wahrgenommen wird, das motiviert uns total und hilft uns, das Thema nach vorne zu bringen. Für uns ist halt das die Innovation, dass man halt was Altes, Herkömmliches, was man seit Jahrhunderten, Tausend von Jahren kennt, das Rad, einfach ein Stück weit neuer findet. Was ja Innovation und Bestehen und irgendwie auch Bedürfnis von uns allen auch ist. Und von der bin ich halt auch so toll, dass wir auch diesen Driven Innovation Award haben, die eben auch diese Preise eben auch auszeichnen, zu gucken, wie können wir die Welt ein Stück weit eben auch besser machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.